Was überlegst du denn noch so lange? Tickets. Tickets. Ja, wo der Sprache reden muss. Auf gelb. Castellano nochmal. Englisch, Deutsch. Aha, grün. Ah, das hab ich nicht als gelb erkannt. So, jetzt Karte, Enterkarte. Wieso Karte? Bis noch Geld reinkommen. Make payment, zahl und tick. Fällt durch. Ich stand hier, glaub ich, auch schon mal in diesem Scheiß-Automaten. Gut, jetzt sagt er bis 19,23. Das sind sieben Minuten, das werden wir ja wohl hinkriegen, oder? 20 Uhr. Achso, bis 20 Uhr geht das? Ja, gut. Ja, gut. Hier, guck mal. Der geht nur bis eins. So, und dann Ticket. Grün. So, geht das eben nur so. Haben wir ja im Griff. Bis 19,23. Was denn? Noch eins? Noch eins, der fängt ja wieder von vorne an. Ja. Das macht ja keinen Sinn. Also von daher, jetzt lässt sich ja nicht ändern. Aber wieso hat er denn nicht gleich mehr genommen? Weil er das Geld nicht nimmt. Der nimmt ja nicht mehr Geld. Der hat das doch alles Mögliche reingesteckt. Aber er nimmt bis drei Euro, steht er. Ja. 118 Minuten 1,40. Ja. So. So. Ist auch geklappt.